Melodyne ist ein Programm, das heute aus vielen professionellen Tonstudios nicht mehr wegzudenken ist. Aber auch für Homestudio-Besitzer ist dieses Plug-In interessant. Allerdings bekomme ich eine Frage dazu recht oft gestellt und zwar, welche Version von Melodyne brauche ich für mein Studio und für meine Zwecke? Es gibt nämlich verschiedene Editionen. Das erkläre ich dir gleich in diesem Video und außerdem beschäftigen wir uns auch mit der Frage, ob du Melodyne überhaupt brauchst oder nicht. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal erlernst Musikproduktion in Logic Pro. Von Melodyne gibt es insgesamt vier Editionen oder Versionen. Version Nummer 1 ist Melodyne Essential und sie enthält nur das Hauptwerkzeug. Das bedeutet, du kannst die Tonhöhe bearbeiten, du kannst das Timing bearbeiten, also die Noten oder die Blobs, wie es Melodyne heißt, nach vorne oder nach hinten verschieben und du kannst Noten aufteilen, also durchschneiden in der Mitte zum Beispiel. Das sind jetzt nicht besonders viele Optionen, aber es reicht dazu aus, um eine Stimme etwas Auto zu tunen und Tonhöhenbearbeitung zu machen. Der Nachteil hier bei Melodyne Essential ist allerdings, es hat sehr limitierte Möglichkeiten nur. Die nächste Version ist Melodyne Assistant und die kostet schon 249 Euro. Melodyne Assistant hat alle wichtigen Bearbeitungswerkzeuge, wie zum Beispiel das Pitch Tool für Tonhöhenkorrektur oder für Modulationskorrektur, Pitch Drift und das Formen Tool für Formantenbearbeitung. Zusätzlich kannst du mit dem Amplitudenwerkzeug die Lautstärke von einzelnen Noten oder mehreren Noten ändern. Mit all diesen weiteren Bearbeitungswerkzeugen hast du etwas mehr Freiheit im Workflow mit Melodyne. Ein weiterer großer Vorteil bei Melodyne Assistant ist, dass du Audio zu MIDI umwandeln kannst. Das kann zum Beispiel sehr vorteilhaft sein, wenn du kein Instrument spielst und jetzt zum Beispiel eine Bassline summen möchtest oder eine Melodie summen möchtest, die kannst du dann in Melodyne aufnehmen und anschließend in MIDI umwandeln lassen, sodass diese Melodie oder diese Bassline dann als MIDI-Spur von einem Synthesizer abgespielt wird. Größter Nachteil bei Melodyne Assistant ist, dass es keine polyphone Bearbeitung kann. Das bedeutet, du kannst nur monophones Material bearbeiten, also zum Beispiel Basslines oder Melodien, aber keine Klaviere, Chöre oder Gitarren. Ich finde, speziell mit Melodyne Assistant bekommst du ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Du bekommst viele neue Funktionen und Werkzeuge mit dazu, ohne dein Budget zu sprengen. Und das bringt uns weiter zur dritten Version von Melodyne und das ist Melodyne Editor. Melodyne Editor ist definitiv eine luxuriösere Version als Assistant. Das Problem ist, du bekommst nicht wirklich sehr viel mehr Funktionen für fast den doppelten Preis. Der wichtigste Mehrwert von der Editor-Version tatsächlich ist die Möglichkeit, polyphones Material wie Gitarren oder Klaviere zu bearbeiten. Da muss man sich schon überlegen, ob das dieses teure Upgrade wert ist. Ich persönlich zum Beispiel könnte nicht darauf verzichten, weil wenn ich mal mit Melodyne arbeite, dann fast immer mit polyphonem Material. Weiterhin hast du bei Editor die Möglichkeit, Tonarten zu erkennen, mit Tonarten zu arbeiten oder sogar eigene Tonarten zu erstellen. Das kann interessant sein, wenn du dich mit Musiktheorien nicht so wahnsinnig gut auskennst. Halten wir also fest, Melodyne Editor kann mehr als Assistant. Der Upgrade-Preis ist aber ganz schön hoch für das, was du dazu bekommst. Kommen wir zur Königsklasse und das ist Melodyne Studio. Das kostet satte 699 Euro und damit genauso viel oder mehr als eine ganze DRW. Das ist schon ganz schön heftig, allerdings bietet dir Studio als einzige wirklich alle Möglichkeiten an, die du für die Audiobearbeitung in einem professionellen Umfeld brauchst. Das Wichtigste für mich zum Beispiel ist, dass du in Melodyne Studio mehrere Spuren gleichzeitig bearbeiten kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt Hauptvocals hast und vier Backing-Vocals, musst du in allen anderen Versionen jeweils eine eigene Instanz von Melodyne laden und diese Spuren auch in ihrer eigenen Melodyne und im eigenen Melodyne Plug-In bearbeiten. Bei Melodyne Studio jetzt zum Beispiel kannst du alle, also die Lead-Vocals und die vier Backing-Spuren alle in Melodyne selber reinladen und dann die Spuren einblenden oder aktiv schalten, die du bearbeiten möchtest. Zum Beispiel sehr, sehr nützlich, wenn du die Backing-Vocals per Timing-Korrektur an die Lead-Vocals anpassen möchtest, dass alle den gleichen Startpunkt und Endpunkt haben oder wenn du zum Beispiel Tonhöhenkorrekturen machst für mehrere Spuren, auch wie das Backing-Vocals-Beispiel, du bist jetzt irgendwie in C-Dur, dann kannst du die alle auf C-Dur einloggen, falls sie ein bisschen flat singt und so weiter. Also das ist schon, allein das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, den ich für den professionellen Bereich dann auf jeden Fall schon empfehlen würde. Wir bleiben beim Beispiel Vocals, was beim Melodyne Studio auch wahnsinnig gut ist, ist ähnlich wie bei Vocalign zum Beispiel, kannst du eine Quantisierungsreferenz, oder das heißt Timingsreferenz heißt es, anwenden auf andere Tracks. Sagen wir mal, du hast die Lead-Vocals hier, die in einem bestimmten Timing sind, in einer bestimmten Rhythmik, die kannst du jetzt als Referenz aktivieren und andere Spuren, wie du unsere Backing-Vocals zum Beispiel, daran anpassen, sodass er automatisch die Wörter erkennt und die unter die Lead-Vocals bringt. Nochmal, das ist so ähnlich wie Vocalign, glaube ich. Ich habe das selber noch nicht ausprobiert, aber ich denke mir, dass es so ähnlich zumindest funktionieren könnte. Und das ist natürlich eine sehr, sehr mächtige Funktion. Weiterhin kommt bei Melodyne Studio noch dazu der Sound Editor. Das ist ein Klangformungstool. Mehr oder weniger würde ich es fast wie ein Synthesizer bezeichnen oder ein LFO-Filter, wie man auch immer es bezeichnen möchte. Du kannst zum Beispiel Obertöne in der Spur hinzufügen. Du kannst, wenn du einen Synthesizer reinlädst in Melodyne, nochmal ganz abgedrehte Soundformungsfilter drüber laufen lassen. Also das ist nochmal so ein ganz spezielles Experimentierfeld für Klangformungsmöglichkeiten und für Sounddesign, sage ich mal. Ganz wichtig, was du auch noch wissen solltest, und das finde ich recht fair von Melodyne, ist, dass du immer nur für das Upgrade bezahlst. Das heißt, du kannst also mit Melodyne Essential anfangen und wenn du merkst, jetzt bräuchte ich aber doch die oder die Version, zahlst du immer nur für das Upgrade, stand dieses Video. Jetzt habe ich dir alle Versionen vorgestellt, aber bleib bitte nochmal kurz dran. Ich möchte nochmal ganz kurz mit dir in die Diskussion gehen. Wie immer, wenn es um Plugins geht, und dazu habe ich jetzt schon einige Videos gedreht, stell dir bitte erst die Frage, wozu brauche ich dieses Plugin? Meiner Meinung nach ist Melodyne zu 90% ein Korrekturtool. Das heißt, wenn ich Melodyne benutze, benutze ich es meistens dafür, um irgendwas zu korrigieren oder um irgendwelches Rohmaterial zu korrigieren, das einfach nicht ideal ist. Zum Beispiel Vocals, die ein bisschen flat gesungen sind, um hier und da einige Töne gerade zu biegen oder vom Timing her ein bisschen hin und her zu schieben oder eine Gitarre, die nicht ordentlich gestimmt ist, nachzustimmen. Das geht tatsächlich auch mit Melodyne. Das heißt, du biegst irgendwelche Sachen zurecht. Meines Erachtens sollte aber von einer guten Musikproduktion immer das Ziel sein, dass du auch sehr, sehr gute Aufnahmen hast und eigentlich solche Flex-Pitch-Korrektur-Dinger nicht brauchst. Das heißt, du solltest dich immer als erstes, bevor du so einen Plugin in den Kanal zuglädst, solltest du dir immer überlegen, wie mache ich die perfekte Aufnahme. Und falls du dich da noch unsicher fühlst, falls du zum Beispiel nicht weißt, wie kann ich einen Gitarren-Amp richtig aufnehmen, wie bereite ich den Vocal-Aufnahmetag mit meiner Sängerin richtig vor, wie mikrofoniere ich ein akustisches Drumset richtig, dann empfehle ich dir mal ein PDF in sieben Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Da zeige ich dir nämlich meinen Weg, wie ich meine Aufnahmessessions organisiere und wie ich dafür sorge, dass ich jederzeit eine perfekte Tonaufnahme habe. Egal, ob es jetzt Gesang oder ein Instrument ist. Ja, zum Schluss interessiert mich jetzt natürlich noch deine Meinung. Stimmst du mir zu, Melodyne ist ein Korrektur-Element, ein Korrektur-Plugin oder benutzt du es für total kreative Zwecke? Findest du Melodyne gut, schlecht? Benutzt du es? Das interessiert mich sehr. Oder benutzt du andere Plugins? Oder machst du einfach auch nur gute Tonaufnahmen und brauchst sowas gar nicht? Schreib mir das bitte sehr gerne unten in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Falls du dich für die Funktionsweise von Melodyne interessierst, findest du das Ganze aber ein bisschen kompliziert, dann empfehle ich dir dieses Video. Geht über eine halbe Stunde lang, da erkläre ich dir die wichtigsten Grundfunktionen von Melodyne, sodass du einen guten Startpunkt haben könntest, um mit diesem Programm zu arbeiten. Jetzt bedanke ich mich wie immer ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!